Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Mineralstoffe im Körper. Es ist vorgesehen für den Leistungskurs der Kursphase der Gymnasien. Der Film ist folgendermaßen gegliedert. 1. Was sind Mineralstoffe? 2. Einteilung der Mineralstoffe. 3. Wichtige Mengenelemente. 4. Wichtige Spurenelemente. 5. Zusammenfassung. 1. Was sind Mineralstoffe? Vielleicht sind dies Mineralstoffe. Nein. Hierbei handelt es sich um Minerale. Damit aus Mineralen Mineralstoffe werden, ist es notwendig, dass die chemischen Elemente als Ionen vorliegen. Damit Minerale, solche, die man als Salz bezeichnet, ionisiert werden können, ist Wasser notwendig. Und schon erhält man ein großes Spektrum an Ionen. Diese können vom menschlichen Körper aufgenommen werden. Und sie sind für ihn notwendig. Man nennt diese Ionen dann Mineralstoffe. 2. Einteilung der Mineralstoffe. Mineralstoffe kann man entweder nach ihrer Konzentration im menschlichen Körper oder nach ihrer Funktion einteilen. Wenn große Konzentrationen vorliegen, spricht man von Mengenelementen. Bei geringen Konzentrationen von Spurenelementen. Die Funktion Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com www.sofatutor.com Gute Bildung zu Hause Untertitelung im Auftrag des ZDF Names